da da oben gab es einen speicherpunkt würde ich jetzt gerne mal an gab es nicht verdammt ja einfach weitergehen nein nicht unterdeck mal sehen ob jetzt wieder irgendwas dumm abstürzt dort mit specksachen die saufigkeit warum habe ich eigentlich mit einem g oder ein kohlen oder beides jeden Tag schattet Gehen, 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 gehen Und tschüss Los, Tür zu Los Dann mach auf, schnell So, hier sind wir beim letzten Mal abgestürzt Was seht das jetzt wieder? Bisher nicht, find ich gut Hab ich Aber wenn ihr dann Ja, genau Wäre vielleicht mal Ja, dann Geh doch Aha, aha Okay Speicherpunkt Das war kein Speicherpunkt, danke Das ist gut Also von da aus sind wir jetzt gesichert Das ist mein Das ist eine persönliche Diary von einer der Crew Mh, das könnte nochmal nützlich sein Hm, das könnte nochmal nützlich sein Ich mein, gut, wahrscheinlich hier nicht, aber ähm Naja Der Kapitänzhaus ist hier Ich werde mich nicht mehr Ich werde mich nicht mehr Ich werde mich nicht mehr Ich werde mich in den stillen Wasser Er hat meine Seine Er hat mich in den Weg zu der Wahrheit, für seine Name Geh doch Oh Okay Ich gebe dich Da bin ich Es ist okay jetzt, Kapitän. Alles ist unter Kontrollen. Sie sind schrecklich durch den Schiff. Du anointest meine Hände mit Öl. Meine Hände fließt auf. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kapitän Heerd! Und du wirst in der Haus des Herrn forever. Und du wirst in der Haus des Herrn forever. Amen. Gott. Wir brauchen diesen Armoury. Wir brauchen einen anderen Weg. Tja, wenn ich jetzt ne Ahnung hätte. Super. Ich dachte mir schon, dass ich wieder hier irgendwie und... Aha. Oh, das ist ja... Heiß ich Gordon Freeman oder was? Ich denke nicht, dass ich das jetzt jetzt benutze. Okay, da komm ich also so nicht weiter. Dann halt hier rein. Was liegt hier? Nein. Was. Zum... Tja. Sind die halt tot. Kann ich auch nix für. Warum kann ich hier nicht springen? Ich würde hier jetzt ganz gerne raus... Oh, Spiel. Das musste jetzt sein. Na gut, wenn ich hier nicht raus darf... Ich kann mich erst mal um meine Verletzung kümmern. Ah. Wie ist das ja? So, darf ich jetzt vielleicht? Nein, ich darf bloß nicht springen. Pst. Nein, nicht. Hier ist das ja... Sag mal, kletter ich hier grad irgendwo hoch? Ach so, ich kletter hier wo hoch, wo ich nicht sehen kann, dass ich hoch... Ja, ha, 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 spiel, ja... Das Interessiert mich nicht, ich will die Colt. Und den Schlüssel... Wir wissen, warum das hier hakt, wie bescheuert. Die Tür ist bolltiert. Mach's auf. Mann, das wundert mich jetzt aber. Mh... Aufhören zu stocken. Stocken, doof, stocken, böse, stocken, ganz böse. Nein, 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 nein. Ich dachte, ich könnte damit irgendwas machen. Oh, Moment, Moment, Moment. Mh... Nein, so krieg ich das Stocken nicht aus, okay. Ein paar Stücke von Dynamite, immer sinnvoll. Hm. Nein. Du bist ja übrigens durch die Wand geklippt, das ist dir schon klar, ja? Also irgendwas an diesem Bereich ist grad ganz uncool. Wo war noch gleich der letzte Speicherpunkt? War der hier irgendwo? Ich mein doch wohl ja. Ja. Aber ich glaub, mit der Meinung bin ich irgendwie alleine. Nein, da ist er. So. Merkwürdig, jetzt scheint's ja wieder ganz gut zu laufen. Hm. Sehr interessant. Naja gut, ab hier geht's dann wieder mäßig. Und dann wieder gut, und dann wieder mäßig. Ja, 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 schon klar. Ich versteh dich schon, Spiel. Wo geht's denn da oben lang? Äh... Ob ich da jetzt so da hinten hin will, weiß ich nicht so wirklich, aber... Ähm, ich behaupte erst mal nein. So, wieder runter, wieder runter, wieder runter. So, jetzt, äh, überlegen wir uns mal, was wir machen. Jetzt mal. Ich mein, da kommen wir immer noch rein, nicht rein. Tja. Das ist, für den ist ja dumm gelaufen, so wie das aussieht. Hm. Ich denke nicht, ich sollte das jetzt jetzt nutzen. Ich denke nicht, ich sollte das jetzt nutzen. Also, ich seh das ganz anders. Ich will da mal lang, einfach nur weil's ein neuer Weg wär. Okay, wir haben uns jetzt waffenmäßig ein bisschen aufgerüstet, aber... Sonst haben wir eigentlich nichts getan, oder? Blutsch. Ah, ne, so war das jetzt nicht geplant, Entschuldigung. Ja, dann, ähm... Dann glaub ich, dann will ich da hinten hin. Autsch. Puh. Nein, da wollen wir definitiv nicht durch, das war aber auch eigentlich vorher zu sehen. So, ich hab keinen Plan, was ich dann sonst... ...hier und so und überhaupt und so und machen will und so, ne? Ja, super. Hat's jetzt total gebracht. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Hm, hm, hm. Wär ja schön, wenn ich noch andere Überlebende treffen könnten, würden wollen, Täter. Oh, ne, hier gibt's offensichtlich... ...nix für mich zu tun. Na ja, gut. Können ja auch wieder gehen, so ist ja nicht. Obwohl, natürlich könnte ich da unten mal versuchen, die Tür zuzumachen. Das wär vielleicht gar nicht so falsch. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich das soll. Ich glaub, eher werde ich ja in dem Versuch sterben, als dass es funktioniert. Nein. Ha. Okay. Gebracht hat uns das Ganze jetzt, ähm, trotzdem nicht wirklich viel, würd ich mal behaupten. Hm, 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 hm. Dreck. Warum? Wer verschließt sowas und warum verschließt man sowas? Das ist gut. Mehr oder weniger. Also muss ich hier irgendwas machen und hab keinen Plan, was... Cool. Start. Also, Lager. Ist doch nicht so, dass ich die öffnen könnte. Okay. Wie sehen meine Verletzungen aus? Wunderbar. Hab keine. Okay. Okay. Ach. Also, ich seh da oben so'n Schloss. Mit Schlössern mach ich ja doch ganz letztlich gerne eine Sache. Autsch. Ach. Warum muss ich auch grade in die Leiter gucken, die da runtergefallen kommt? Aha. Okay. Das bringt uns jetzt was genau? Also, ich seh da jetzt nicht so wirklich Sinn drin. Wenn ich jetzt an der Kurbel drehe, passiert doch eigentlich was. Ja. Was mir das jetzt bringt, dass ich hier hin kann. Von wo aus ich allerhöchstens hier runter springen könnte, wo ich aber auch ganz normal hin kann. Also, ähm... Deshalb bin ich grade geringfügig verwirrtet. Da oben ist nichts weiter. Nö. Nicht wirklich. Hm, mit dem... Also einfach nur der Ablassmechanismus. Damit kann ich also logischerweise auch nichts tun. Ja. Schön. Super. Total cool. Und was bringt mir das Ganze jetzt? Nicht. Gar nicht. Scheißdreck bringt mir das.